Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Bioshock 2, präsentiert von Link99464. Oh, Big Sister, hör mal auf! So, voll, nicht voll, voll. Okay, nochmal Munition kaufen. So. Ich möchte nicht runter. Oh. Fuck. Oh. Oh, verreckt. Oh. 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 BAH 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 Oh, ficken ey Stirb Boah, heftig Hol mich, der Teufel Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen Fuck you, fuck you, fuck you Boah Loi, da ging's auch lang Naja Haha Bleh Unten waren noch ein paar Sachen, glaub ich, ne Oh, da ist so Okay. Da 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 da. Uh. So. Dann geht's jetzt weiter, nach oben. Dann nehme ich eure Weile noch im Verbandskasten. Dann füllen wir uns ein Lead mehr etwas auf. So. Ich hasse diese Maschinen. Dann füllen wir uns ein. Dann füllen wir uns wieder um ein Held. Ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies. Ein Schrei für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei, Völkermord, Chaos. So. 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 Ich brauche noch mal Bandagen. Nur Bandagen. Naja. Dann schmelzen wir uns den Weg frei. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Von der Sicherheitsstation? Ach so, nach rechts wahrscheinlich. Da wo ich eben gerade war. Hebel umwerfen. Ziel erreicht. Eine neue Warnlinie ist dabei. Hm? Och, Junge. Jawohl. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten. Oh, fuck, ey. Ich komme nicht raus. Pech gehabt. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Alllong. Der Lehm hab auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Ach so. Ach soo.